hallo leute es freut uns dass ihr wieder zu seht ja der titel schon irgendwie seltsam 60 mal auch meiner darum geht's nicht um dieses set auf gar keinen fall wir haben erfahren dass auch meiner heute seinen 60 geburtstag feiert und wir sagen alles gute zum geburtstag die herzlichsten wünsche von uns und ja wenn ihr auch mal so überrascht werden wollt schreibt uns einfach per e mail bitte per e mail nicht unter dieses video wenn ihr auch gratuliert bekommen wollt von uns zum geburtstag hochzeitstag oder sonst irgendwas wir werden auf jeden fall das dann machen schreibt uns in die kommentare was ihr von dieser idee haltet unsere zuschauer unsere abonnenten also all unsere freunde genau so zu grüßen das war's für heute auch meiner feier nicht so viel man sollte abends noch wissen was man tut schön ist